Servus liebe Freunde, willkommen zurück. Ja, mit der Aura, das macht es uns wirklich gar nicht so leicht. Ich bin jetzt schon überlegen, wie wir das am besten hier da ächseln. Wir werden mal so mit unseren Frostworms einen kleinen Ausflug machen. Jetzt hatte ich gerade noch die Stereo-Anlage eben an. Das war natürlich auch nicht so Bombe. Ich will mal probieren, aber ich glaube, der hat nur 750 Lebenspunkte. Ich nehme mal nur meine drei Frosties. Wir werden mal hier rüberfliegen. Da haben wir ja den kurzen Weg. Da können wir mal schauen, ob wir vielleicht noch was erledigen können. Da ist noch Gebäude. Da ist noch ein Turm. Okay. Dann werden wir mal schauen, dass wir hier vielleicht das ein oder andere Gebäude vernichten können. Und da kriegen wir auch gleich schon wieder Besuch. Das heißt, wir gucken, dass wir gleich wieder Land gewinnen. Nicht ganz so weit, aber vielleicht so weit, dass wir hier außerhalb der Aura bleiben. So, dann könnten wir die nämlich auch schon mal vernichten. Das sieht auch soweit ganz gut aus. Müssen die eigentlich immer nur sozusagen aus, also bis zum Rand der Aura treiben, dass wir nicht direkt beschädigt werden oder getroffen sind. So, wunderbar. Da haben wir jetzt schon mal die ersten Einheiten wieder gekillt. Die haben auch noch eine Goldmühle da oben. Das ist natürlich auch blöd. So, den mal zum Brunnen wieder zurück. Und hier haben wir unsere Spinne fertig. Mit der werde ich jetzt mal schauen, inwiefern wir hier weiterkommen. Wo müssen wir eigentlich da genau hin? Weil mich interessiert jetzt mal, ob die, wie gesagt, hier die Aura gut überstehen oder ob die da nicht immun gegen sind. Ob die da jetzt auch sozusagen, ja, schade nehmen, in Mitleidenschaft genommen werden, gezogen werden. So, wir gucken mal rein. Und ja, die werden also auch betroffen. Das heißt, den stellen wir dann mal hier hin. Und wir sollten uns dann doch nochmal über Frostworms Gedanken machen. Gargoyles, da ist leider nichts zu sehen. Oh, maximale Beschränkung. Wir können also keine zusätzlichen mehr bauen. Das ist schlecht. So, die Ghouls sind hier noch am Holz sammeln. Da kommt auch einiges bei rum. Das ist sehr schön. Wie sieht es hier aus? Da haben wir noch einen Fleischwagen stehen. Den können wir natürlich auch gleich da oben hinpacken. Bin jetzt schon überlegen. Aber hier oben, das ist ja schon ein Gebiet, wo die Aura aktiv ist. Das heißt, da können wir so gar nicht ran. Unsere Gebäude. Naja. Da ist auch gleich die Goldmine. Also mich würde das schon in dem Punkt reizen. Wir gucken jetzt doch nochmal mit den Frosties. Und werden dann dort nochmal hingehen. Müssen da wohl etwas stufenweise angreifen. Aber das wäre, glaube ich, eine ganz gute Methode, wenn wir hier ein bisschen die Türme vernichten. Und die Gebäude. Denn dann könnten die zumindest nicht mehr so richtig groß was bauen. Aber da kommen schon wieder die Nächsten. Gleich wieder zurück. So. Und wieder hin. So. Und dann können wir da gleich mal schauen. Lass mal doch da den einen oder anderen wieder vernichten. Im Moment sieht es noch ganz gut aus. Wobei die Frosties gehen schon wieder hier. Ja. Wir werden mal wieder den Rückzug antreten. Also mit drei Frostworms kommen wir da leider nicht weit. Ähm. Ja. Das ist natürlich jetzt ein Problem. Das ist ein richtiges Problem. Denn wir können ja nicht mit dreien da immer hin und her. Wir haben so gesehen eigentlich zu viele Einheiten. Beziehungsweise falsch aufgestellt die Einheiten. Hm. Wenn ich aber jetzt hier die Kollegen nehme. Vielleicht haben wir von denen sechs Stück. Sechs Stück plus den Ogre können wir noch nehmen. So. Dann wären wir bei sieben plus mit unseren Helden. Und ja. Dann machen wir doch noch mal eine Tour nach drüben. Gucken. Ob wir da nicht noch was erreichen können. Die sind ja alle wieder voll geheilt. So. Und dazu vielleicht dann hier noch die vier Einheiten dazu. So. Dann sieht das nach einer ganz vollen Truppe aus. Wir gucken mal ob wir somit was erreichen können. Ähm. Ja. Das wird natürlich jetzt eine enge Sache. Mal gucken. Aber am liebsten würde ich da oben in den Frostworms reingehen. Denn ich glaube die machen da doch ein bisschen mehr Schaden. Und können etwas mehr erreichen. So. Zum Glück heilen die sich ja alle wieder relativ schnell. So. Und hier muss ich aber auch mal schnell das vernichten. Jetzt können wir hier mal ran. So. Das sieht ja mit diesem Fleischwagen ganz gut aus. So. Und hier haben wir unseren Lebensbrunnen. Das heißt da können die sich ja soweit alle wieder heilen. Außer den Fleischwagen. Die können da nichts machen. So. Und wir versuchen aber jetzt mal hier den ersten Angriff zu starten. Dass wir vielleicht zumindest die Türme soweit schon mal platt kriegen. Das sieht ganz gut aus. Und ja. Da werden wir jetzt einige Einheiten verlieren. Hauptsache wir kriegen die Türme soweit schon mal platt. So. Dann hier gleich den Org heilen. Ja. Das sieht schon mal ganz gut aus. Wir gehen mal gleich wieder runter. Wir werden auch hier mal auf die Schnelle wieder heilen. Zumindest ist die, die wir so die Schnelle heilen können. Ähm. So. Den haben wir auch wieder fertig. Oh. Der muss geheilt werden. Oh. Die Einheit kann ich nicht heilen. Dann werde ich mal den hier heilen. So. Hält sich das in Grenzen. Ja. So geht's im Moment eigentlich noch. Oh. Hier unten ist gleich leider ein Ogerfutsch. Aber ich kann das mit dem Heilen ganz gut hinkriegen. So. Da haben wir den Wassergeist schon mal weg. Mal schnell schauen. Ob wir uns hier wieder ein bisschen regenerieren können. natürlich zusätzlich heilen. Aber das ist natürlich ein ganz guter Punkt hier. Da kriegen wir so langsam wieder die Energie hoch. An dem Gesundheitsboden. Das ist cool. Denn damit kommen wir so wieder ein bisschen aus der Problemzone raus. Der ist, naja, nicht groß angeschlagen. Allerdings können wir uns hier tatsächlich wieder regenerieren. Und da müssen wir jetzt mal aufpassen, wenn ich das richtig gesehen habe. Kam da Besuch. Das heißt, wir werden mal die hier zur Sicherheit. Ja. Da sind sie schon gerade auf dem Weg. Ja. Unverzüglich. Wenn wir hier doch mal den Angriff starten. Wir sind ja hier am Lebensbrunnen. Da dürfte ja eigentlich nicht allzu viel passieren. Ja. Und da können die sich nämlich hier mal ganz schön austoben. Ja. Damit haben wir die Angriffswelle auch schon mal so weit dann gleich weg. Das sieht richtig gut aus. Und dadurch, dass wir natürlich hier am Lebensbrunnen sind, haben wir hier optimale Möglichkeiten. So. So. Und jetzt müssen wir hier den noch vernichten. Na. Fall um. So. Sehr gut. Ja. Logisch klingt das logisch. Alle wieder zum Brunnen zurück. Ja. Und damit haben wir das hier auch schon mal wieder etwas bereinigt. Den Angriff konnten wir abwenden. Und hier oben, die Jungs, haben sich soweit alle wieder erholt. Trotz der Aura. Das ist richtig cool. Und der baut hier Wassergeister ohne Ende. Das ist natürlich gar nicht von Vorteil. Und da haben wir auch noch zwei von denen. Das heißt, da können wir aber gar nichts groß machen. Ich muss höchstens am Überlegen. Wir können ja mal probieren, dass wir... Ne. Muss eine organische Einheit sein. Na toll. Das heißt, die können wir so gar nicht angreifen. Da brauchen wir definitiv Luft einhalten. Das wird jetzt schwierig. Hier links haben wir ja... Oh Gott. Die haben zwei Kasernen. Ja. Die haben natürlich richtig viel. Aber da wäre es sinnvoll, erst die Aura zu zerstören. Ich gucke mal in die Quests rein. Da geht es nur um die drei Erzmagie eigentlich. Das macht es nicht so leicht. Also werden wir doch mal... Ne. Den Keltusat lassen wir den mit drin. Ne. Den nehmen wir mal raus. Den nehmen wir lieber mal raus. Ich glaube nicht, dass der in der Aura da so richtig gut zurechtkommt. Dann nehmen wir mal nur die vier Drohin. Werden uns mal hier oben zum Gesundheitsbrunnen begeben. Und werden daraus mal eine fast komplette Truppe machen. Ah. Das Manna ist auch fast wieder aufgefrischt. Das ist gut für die Heilung später. Ach. Der Blautrache ist auch immun, so wie es aussieht. Das ist auch nicht schlecht. Das ist gut zu wissen, dass der Immun dagegen ist. So. Die heilen sich. Ja. Und wenn der natürlich immun ist, der Blautrache. Hier. Oh. Da kommt eine Riesenarmee an. Das ist gar nicht gut. Das heißt, mal hier auf die Schnelle gucken. Und vor allem... Ah. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir uns hier ein bisschen... ...die Leute am Leben halten. Denn Frosty gleich wieder heilen. Aber die machen wenigstens schon mal richtig gut Schaden. Ja. Die stürzen erstmal alle ab. Das ist gut. Also da ist der natürlich optimal. Der ist also tatsächlich dagegen immun. Das heißt, der kann ja den hier mal angreifen. Mal gucken, wie das ausgeht. Wer da den Kürzeren zieht. Ja. Da hat es sich echt gelohnt, dass wir die Kisten hier zerstört haben. Denn da war ja der Drache drin. So. Den muss ich aber jetzt erstmal hier wieder zurückziehen. Der muss sich ein wenig regenerieren. Oh. Das geht ja zum Glück ziemlich zackig. So. Und das Thema hat sich auch erledigt. Und er kann sich gleich wieder regenerieren. Damit haben wir nämlich den ersten auch schon mal weg. Ja. Da müssen wir uns sozusagen hier mit ganz schlauer Taktik nach vorne durcharbeiten. Sobald der dann fertig ist, werden wir uns hier um den zweiten kümmern. Und dann am besten nochmal so einen kompletten Angriff auf die alle drauf. Schade, dass die Fleischwagen nicht mehr da sind. Aber wir haben ja jetzt ein bisschen Luft wieder. Das heißt, wir können ja jetzt noch ein bisschen Frosties bauen. Und die lassen wir auch gleich bis ganz nach oben hier zum Brunnen kommen. Ähm. Ja. Da machen wir mal den Sammelpunkt hin. So. Und der erholt sich ja ziemlich schnell. Wie gesagt, dem macht die Aura ja zum Glück nichts aus. Und das wird, glaube ich, auch unser großer Vorteil werden. Was wir natürlich jetzt mal probieren könnten. Wir könnten ja hier... Oh, der ist aber ganz schön groß, der Bereich. Ja, der erholt sich trotzdem. Hier mal schauen, ob wir hier nicht in dem Bereich vielleicht noch sogar die Gebäude vernichten können. Gucken, was der da an Schaden abwirft. Naja, wirklich viel ist es nicht. Oh, da kommt Besuch. Da sollten wir uns mal schleunigst wieder auf den Rückweg machen. Mal gucken, ob die jetzt hinter uns herkommen und uns angreifen oder nicht. Nö, es sieht nicht so aus. Aber da kam noch mal einiges. Also da bin ich lieber mal vorsichtig. Würde sagen, dann kümmern wir uns lieber hier oben noch um den einen Heli. Weil da macht er ganz gut Schaden. Gehen wir ein Stückchen zurück, dann kann der sich hier wieder heilen. So. Und das sieht ganz gut aus. So kriegen wir den ruckzuck fertig. Ups, Thema erledigt. Sehr gut. Jetzt haben wir hohe Kosten. Ist aber erstmal noch nicht ganz so schlimm. Denn jetzt haben wir den Frostware mehr. Und ich denke mal, Flugeinheit wird hier oben sehr wichtig sein. So, und jetzt müssen wir den irgendwie noch daraus reizen. Aus seinem Versteck rauslotsen. Wie machen wir denn das? Ich meine, Gold haben wir jetzt genug. Das ist alles soweit. Kein Problem. Die nächste Frage ist, nehmen denn Gebäude auch Schaden? Das probieren wir jetzt auch nochmal. Bis hierhin haben wir ja im Prinzip schon sozusagen erweitert. Aber ich glaube, hier drüber können wir nicht bauen. Gut, was wir mal testen könnten. Wir bauen mal eine Mekropole. Und zwar, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir die bauen können. Da geht nichts. Oder haben wir hier einen kurzen Streifen? Hier. Reicht aber auch nicht. Da könnten wir eine bauen. Ich weiß aber nicht, ob der es schafft bis dahin. Dann gehe ich mal gleich hier dem entgegen. Den muss ich ja dann schauen, dass ich den eventuell heile. Wenn der hier reingeht. Aber das wäre natürlich noch eine Idee. Ja, der nimmt nämlich ziemlich schnell Schaden. Und dann heilen wir dich nochmal, mein Freund. Muss ja nur bis dahinter zum Beschwören. Und dann ist gut. So, wenn das nämlich jetzt hinhaut, das wäre optimal. Und die würde sagen, du gehst wieder zurück. Ich heile dich aber nochmal. So, dann solltest du es bis nach draußen wieder schaffen. Und ja, mal gucken, ob das hinhaut mit der Mekropole hier. Oder ob das Gebäude auch Schaden nimmt. Das weiß ich eben nicht. Mal gucken, wie sieht es bei dir aus, mein Freund. Ja, ein bisschen aus dem gröbsten raus. Das ist perfekt. Frostworms kommen auch welche dazu. Das ist auch wunderbar. Der erholt sich auch so langsam wieder. Der ist schon wieder bei voller Gesundheit. Ja, dann werden wir hier mal jetzt einen vorsichtigen Vorstoß wagen. Ach, da ist auch noch so einer. Oh, dann gehen wir mal kurz an den Turm zum Angriff. Und gleich wieder zurück. Denn ich glaube, das wird dann doch eine enge Geschichte. Ja, das macht es gar nicht so leicht. Da unten wird die Mekropole gebaut. Wie gesagt, das will ich zum Test noch machen, um zu sehen, ob die vielleicht in der Aura bestehen kann. Oder ob das... Da kommt der Nächste. Das ist gut. Oder ob das nur auf, ja, bewegliche Einheiten sozusagen zutrifft. So, der Turm hat irgendwie aber nicht wirklich viel abgekriegt. Oh, 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 oh. Das macht ganz schön Rabatt. Ah, das ist gar nicht gut. So, da können wir aber angreifen. Weil da werden wir ja wieder geheilt. Ja, hier kommt wieder zurück, Leute. Macht da keinen Unsinn. Sprecht, Dunkel. Ey, mach keinen Quatsch, mein Freund. Komm schön wieder zurück. Oh, jetzt gibt es hier doch noch einen Kampf. Eieieiei, so war das gar nicht geplant, Leute. Hallo, hallo. Dann drehen die hier alle am Rad. Gut, dann gucken wir, ob wir jetzt den Zauberer einfach platt balzen. Tatsächlich. Gut, okay, mal einen schnellen Angriff gemacht. Die Aura ist erledigt. Wir haben es tatsächlich noch geschafft. Quält mich, euch nur anzusehen, Arthas. Ich mache euren Qualen gern ein Ende, alter Mann. Ich sagte euch doch, eure Magie kann mich nicht aufhalten. Das Zauberbuch gehört euch, Lich. Nehmen wir es und verschwinden wir, ehe die Zauberer zum letzten Angriff rüsten. So ist es. Ich beginne die Herbeirufung von Lord Archimond bei Sonnenuntergang. Also, haben wir das doch relativ zügig erledigt. Da habe ich viel zu kompliziert gedacht. Aber, ja gut, die Mission ist erfolgreich beendet. Und, ja, da geht es in der nächsten Folge weiter. Wir haben natürlich hier richtig gut eingesammelt. Bei den Helden, ja, haben wir gut Punkte einkassiert. Das lief mal richtig schick. Und, ja, ich bin jetzt mal gespannt, was uns dann beim nächsten Mal wartet. Wir treffen uns, oh, unter dem brennenden Himmel. Naja, hoffentlich habt ihr einen Schirm dabei. Wir sind dann auf den Hügeln über Dalaran. Und, schau mal, was uns da sich als nächstes antut. Wir sehen schon hier, wir waren bei Dalaran und sind jetzt hier praktisch, ich wollte schon mit dem Finger drauf zeigen, das seht ihr ja gar nicht, so nach rechts raus weiter. Also, da geht es jetzt so langsam Richtung den Alterag-Ruinen und dann natürlich noch zum Vandemar Village, also zum Dorf hoch, bevor es dann in die Hauptstadt geht. Da haben wir noch ein bisschen was vor uns und ich hoffe, ihr bleibt dann am Ball. In diesem Sinne sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus und Tschüss. Servus und Tschüss.